Deichbruchstelle Fischbeck im November 2015. Hier ist im Juni 2013 der Deich gebrochen in der Ecke. Das ist alles saniert, aber die wollten doch hier die Ecke raus machen. Das verstehe ich nicht. Hier drückt doch das Wasser wieder voll rein, wenn die nächste Flut kommt. Untertitelung des ZDF, 2019